Stefan Fürstner ist ein deutscher Fußballspieler, der seit dem 1. Juli 2015 beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht. Karriere, in München geboren und in Dissen am Ammersee aufgewachsen, begann Fürstner 1994 in der Fußballabteilung des ortsansässigen Männertorenvereins mit dem Fußballspielen, ehe er 1998 in die Jugendabteilung des FC Bayern München wechselte. Noch keine 18 Jahre alt rückte er zur Saison 2005 06 in die zweite Mannschaft der Bayern auf. In der ersten Spielzeit bestritt er 20 Regionalligaspiele und erzielte ein Tor. Sein Debüt am 15. Oktober 2005 wurde mit der 0 zu 4 Niederlage bei der SPVGG Bayreuth getrübt. Sein erstes Tor im Seniorenbereich erzielte er am 10. Mai 2006 bei der 2 zu 3 Niederlage im Auswärtsspiel gegen die Stuttgarter Kickers mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 in der 30. Minute. Zur Saison 2006 07 unterschrieb er einen bis 2010 datierten Profi-Vertrag. Sein erstes Spiel in der Profi-Mannschaft war jenes, das im Mai 2006 anlässlich einer Gastspielreise im Giants-Stadium gegen die New York Red Bulls ausgetragen wurde. Seine ersten beiden Tore im Profi-Team erzielte er im Saisonvorbereitungsspiel gegen den TSV 02 Berching, welches mit 12 zu 0 Toren gewonnen wurde. Am 5. Mai 2007 in der 87. Minute für Ali Karimi eingewechselt, bestritt er beim 1 zu 1 unentschieden im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach sein einziges Bundesligaspiel für den FC Bayern München. Danach spielte er ausschließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Süd und ab 2008 in der neu geschaffenen 3. Liga, bevor er zur Saison 2019 beim Zweitligisten SPV GG Greuther Fürth einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. In seiner Premieren Saison bestritt er 22 Ligaspiele und erzielte ein Tor. In seiner dritten Saison trug er mit 27 Spielen und zwei Toren zur Zweitligameisterschaft und dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg des Vereins in die Bundesliga bei. In dieser bestritt er 30 Spiele und erzielte am 16. März 2013 beim 2 zu 2 Unentschieden im Auswärtsspiel gegen Werder Bremen mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 in der 55. Minute sein einziges Bundesliga-Tor. Ohne Heimsieg, ein Novum in der Bundesliga-Historie, stieg er mit seinem Verein als Tabellenletzter wieder ab. Zur Saison 2015 16. verpflichtete ihn der Zweitligist 1. FC Union Berlin, für den er am 26. Juli 2015 beim 1 zu 1 Unentschieden im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorfer debütierte. Am 23. Januar 2006 debütierte Fürstner im Nationaltrikot des DFB. Er gehörte der U19-Nationalmannschaft an, die im Rahmen einer Asienreise 2 zu 2 Unentschieden gegen die Auswahl Südkoreas spielte. In Al-Arabi bestritt er vier weitere Länderspiele. Am 25. Januar gewann er mit der Mannschaft mit 2 zu 0 gegen die Auswahl der Schweiz, verlor am 27. und 30. Januar mit 0 zu 1 bzw. 1 zu 2 gegen die Auswahl des Irans bzw. Japans und gewann am 1. Februar mit 3 zu 0 gegen die Auswahl Österreichs. Für die U21-Nationalmannschaft bestritt er am 21. Februar 2007 in Reutlingen, beim torlosen Unentschieden gegen die Auswahl Italiens und am 21. August 2007 in Fürth beim 2 zu 2 gegen die Auswahl Irlands, mit Einwechslung für Aschgan Dejaga in der 46. Minute seine einzigen beiden Länderspiele in dieser Altersklasse. Erfolge Deutscher Meister 2008 DFB-Pokalsieger 2008 DFL-Liga-Pokalsieger 2007 Sonstiges Fürstner leistete ab 1. Oktober 2007 seinen Grundwehrdienst bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Neubiberg ab. Unmittelbar nach Dienstantritt nahm er mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft an den vom 14. bis 21. Oktober 2007 in Heiderabad ausgetragenen 4. CISM-Militärwelt-Spielenteil. Das Fußballturnier war für ihn und seiner Mannschaft nach dem 1 zu 1 Unentschieden gegen Kamerun und der 1 zu 3 Niederlage gegen Nordkorea bereits nach der Vorrunde beendet. Auch abseits des Fußballplatzes engagiert sich der Fußballprofi für die Gesellschaft und gründete im November 2012 die Stephan-Fürstner-Stiftung. Die Spenden kommen der Elterninitiative Krebskranker Kinder Nürnberg e.V. Zugute, die krebskranken Kindern aber auch deren Eltern und Familien hilft.